In welchem Alter würdest du den Rest deines Lebens bleiben wollen? Was ist mit dem Alter, in dem wir jetzt sind? Ernsthaft? Manchmal wünschte ich, wir würden gemeinsam aus dieser dämlichen Stadt abhauen. Was wollten die Cops von dir wissen? Sie wollten wissen, ob Katie mal davon gesprochen hat, wegzulaufen. Das ist die letzte Seite, die sie aufgerufen hatte. Slenderman. Was war das? Er dringt in dein Verstand ein. Wie ein Virus. Manche nimmt er mit, andere treibt er in den Wahnsinn. Hast du ihn einmal gesehen? Lass du ihn nicht mehr los? Er war das? Er war das! Er war das! Untertitelung des ZDF für funk, 2017